Oh mein Gott, okay. Ähm, ja, da sind wir wieder. Wir wollten den Typen hier anquatschen und wollten auch ein Companion werden. Äh, bla bla bla, I would like to join. Natürlich. Und wie sehe ich aus, wie sehe ich aus, wie sehe ich aus? Wee! Hm, ja, vielleicht. A certain strength of spirit. We are not truly considering acceptable. I am nobody's master. Hm. Sehr schön. Nicht sehr schön. Und wieder sehr schön. Ja, kriege ich hin, ne? Gott, ey, mein Rechner rödelt wieder rum. Das ist ja unglaublich. Ähm, bla bla, haben wir completed. Not here, out in the yard. Hm, okay. Dann laufen wir in den yard hinein. Lauf, 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 lauf. So, so. So, so. Hm, warte mal. Da stimmt doch was nicht. Schon besser. Okay. Was zum Teufel, ich hab noch gar nichts gemacht. Vielleicht sollte ich, ähm, Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher stellen, aber... Egal. Es ist probably worth more than you are. Okay. 70. 70! Und es soll mehr sein als ich? Kannst du hier eins von denen auch gleich in den Rücken bekommen. Was sag ich dir? Ähm, hier ging's hoch. Zum guten Herrn Schmied. Lauf, lauf, lauf. Hallo? Ähm, ja, so sieht's aus. Oh, ich glaub hier mal so ein bisschen rum. Manchmal hilft das, dem PC wieder leiser zu machen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Okay. Ähm, but they have... No leader since he's come on. Okay. Na gut. I'd be much upleashed. Blah, blah. Das kriegen wir wohl hin, oder? Wärts so gut, nein. Eila. Kann ich das hier in meinem Journal einstellen? Kann ich das hier vielleicht im Journal ausstellen? Gut. Finde ich die nämlich auch in diesem übelst großen Gebäude hier wieder, ohne lange durch die Gegend zu laufen. Ja, hm, okay, treffe runter da vorne. Ich wollte ja eigentlich gestern schon wieder irgendwie eine neue Folge fertig machen. Also hochgeladen hab ich ja gestern relativ viel, aber gezockt hab ich gestern nicht, weil ich mal Überstunden gemacht hab. Und, äh, weiß nicht, ziemlich fertig war und müde und Kopfschmerzen und blauen Keks. Und, äh, so wollte ich euch nicht antun. Mich euch nicht antun. Oh mein Gott. Äh, bla 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 bla. I have your shield. Hm, yep. Naja, sagen wir mal nett. Oh, da ist er. Of course we did icebrain. Sehr charmant. Ja, dann folge ich dir mal. Das nimmt ja langsam vor, Mann. Jetzt bin ich hier wohl Teil der Gruppe. Schön, schön, schön. Okay. Okay. Na immer. Okay. Warum nicht? Show them no mercy. Ja, dann, äh, machen wir das doch. Sehr gut. Kämpfen, kämpfen. Oh, ich glaub, heute tut's meine Steuerungstaste übrigens auch wieder. Das heißt, ich kann sogar richtig schleichen. Ähm, ich sollte durch den Vorderausgang rausgehen. Bam. Ja, was war ein Vorschlag, ey. Oh, da knackt das Schloss und brech ein. Wobei, die Idee ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wo muss ich denn hin? Da oben. Okay, dann sollte ich erst mal das Dorf irgendwie verlassen. Kann das sein, dass irgendwie immer Nacht ist, wenn ich mich gerade auf dem Weg irgendwo hinmache? Oder kommt mir das nur so vor gerade? Warte mal, hier könnte ich eventuell noch rennen. Hier sind ja keine Gegner. Ach, ja. Kein Wunder bei der Fresse, dass der von den Orks verehrt wird. Wir müssen also hier, oder besser da rum, in welche Richtung ist denn das? Dann gehen wir besser hier rum, wenn's relativ da liegt. Uh, Nebelschwaden. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, ne? Da kommt doch auch irgendwo... Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Oder war's Nebelschweif? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich meine bitte, ich hab das in der siebten Klasse auswendig gelernt. Das ist schon wirklich lange her. Aber ich glaube, es war ein Nebelstreif. Es säuft's Lauf, Lauf. Ich verspreche euch, ich werde später nur noch dieses dösige Schnellreisesystem benutzen, damit wir nicht mehr endlos durch die Landschaft laufen müssen. Was ich nicht versprechen kann, worauf ich aber mal hoffe, ist, dass die Videoqualität mal irgendwann besser wird. Weil, äh, blöderweise hab ich festgestellt, ich kann das zwar umwandeln und so weiter und es wird dann kleiner. Und normalerweise ist es auch, ähm, klar, wenn ein Video kleiner wird, dann nimmt auch die Qualität ab. Okay, aber bei mir auf dem Rechner sieht das alles so ungefähr zehnmal besser aus, als wenn ich's... Mann! Geh weg! Äh, sieht das alles so ungefähr zehnmal besser aus, als wenn ich's hier bei YouTube hochgeladen habe, weil die Qualität irgendwie, ähm, ja, gravierend abnimmt im Zuge des Hochladens. Und ich weiß nicht warum, weil, ähm, bla, angeblich ist es dann ja immer noch genauso groß. Okay, wir sind in der Höhle, wo wir sein wollten, ist ja schon mal was. Und meine Steuerungstaste funktioniert wieder. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, dann können wir den Anfangs-Dungeons auch erkunden. Ich sag immer Dungeon, weil Denglisch so cool ist. Ähm, ach, hier gibt's Leuchtepilze. Hm, cool. Ja, auf jeden Fall. Ich hab keine Ahnung, warum, ähm, jetzt schlussendlich die Videoqualität so mies wird. Oh, 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 oh. Gut, die Riesenratten haben jetzt auch Gold. Wunderbar. Ich hoffe, dass sich früher oder später mal irgendwie irgendwas da dran drehen lässt. Aber, mal kleiner Tipp unter uns, wenn ihr es nicht irgendwie auf Vollbildgröße guckt, sondern im normalen YouTube-Fenster, dann geht die Qualität schon. Hö, hö, hö. Aber ist ja eigentlich auch nicht so Sinn der Sache. Ach, da steht ja schon einer. Meine Fresse. Äh, verdammt. Ja, vielleicht sollt ihr auch auf den Fußboden gucken, ich Vollidiot. Er hat scheinbar trotzdem nichts bemerkt. Er ist ein bisschen dumm. Naja, ist ja auch nur ein Fall mal. So, der wird jetzt irgendwo hier rumkommen. Hat sich von mir einen Pfeil in die Brust jagen lassen müssen. Vielleicht auch in den Kopf, wer weiß. Okay. Ja, du hässliches Viech. Aber noch haben sie bessere Bögen als ich. Wenn auch schlechtere Pfeile. Genau, weil 14,98 und das ist, äh, 19,15, 135. Sollte ich auf jeden Fall den nehmen. Mal gucken. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu mutig dadurch. Ach, scheiße, doch, ich war zu mutig. Ja, gut, die haben Banditen getötet. Das ist jetzt auch nicht so der Verlust, würde ich mal sagen. Gerade ich muss das, äh, hier raushauen, wo ich sowieso nicht vorhabe, so das rechtschaffende Leben in dem Spiel zu führen. Ja, ne, ich glaube, davon sollte ich erstmal nichts mitnehmen. Ja, ne, ich glaube, davon sollte ich erstmal nichts mitnehmen. Ja, glaube ich will. Und dann kommt dann wieder frei drauf und dann wieder w eğitator suis. Und dann, wie hoch in dem Krieg, wir waren dann auf jeden Falle ich sagen.